Grüß Gott, Greding, Prost! Wir haben heute hier den Höhepunkt des Bayerischen Wahlkampfs von der AfD-Länderseite. Der Ahrkampf tritt jetzt endlich in seine heiße Phase. Und wenn man sich die neuesten Umfragen umschaut, dann sieht man, die AfD, das ist eine Wahlkampfmaschine. Wir kommen jetzt ganz, ganz nah ran an die SPD und wir werden es schaffen, diese Partei, die Verräterpartei der kleinen Leute, endlich auf den Platz zu verweisen, wo sie hingehört, nämlich ganz nach hinten. Und ich weiß, dass wir ganz viele Leute hier haben, die sich jeden Tag für unsere Partei einsetzen, die für unsere Ziele sich einsetzen, die an den Infoständen stehen, Plakate aufhängen, Zettel verteilen. Ich danke euch, wir müssen weiter so machen und dann schaffen wir es auch, mit einer starken Fraktion in das Europaparlament einzuziehen und dort mit unseren europäischen Partnern der Eurokratie richtig einzuheizen. Aber, liebe Freunde, wenn wir dann im Europaparlament sitzen, dann fängt natürlich die Arbeit erst an, zumindest für die von uns, die dann im Europaparlament sitzen werden. Und wir alle hoffen, dass wir einen starken deutschen und vor allen Dingen auch bayerischen Beitrag leisten. Meine Kollegen werden nachher noch einige europäische Themen anschneiden. Mein Thema ist Bildungspolitik. Die Herrschaft der Brüsseler Eurokraten beruht auf vielen Säulen. Aber sie wird vor allen Dingen gespeist durch das Geld der Geberländer. Deutschland, Österreich und wie sie alle heißen. Aber, wie wir am Brexit sehen, ist dieser Geldstrom nicht unendlich. Er ist gefährdet. Und damit die Brüsseler Eurokratie auch noch in Zukunft besteht, versucht sie etwas zu installieren, versucht sie einen EU-Einheitsstaat zu bilden. Und für diesen EU-Einheitsstaat brauchen sie eine EU-Identität. Und dazu ist Bildung das Vehikel. Daneben gibt es insbesondere von linker Seite auch eine andere Identitätspolitik. Da geht es darum, Geschlechter aufzulösen. Da geht es darum, Identität des einzelnen Menschen in eine graue Masse zu verwandeln und man nicht mehr weiß, ob man Männlein oder Weiblein ist. Dagegen wehren wir uns. Der Schlüssel zur Formung eines neuen EU-Bürgers ist ein Mensch, der keine Nationen kennt und der geschlechts- und heimatlos ist. Aber noch ist Bildung in Deutschland Sache der Länder. Und wenn wir uns in Bayern anschauen, was in unserer Verfassung, in unserer Landesverfassung steht, da stehen die obersten Bildungsziele hin. Und die sind Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor religiöser Überzeugung und vor der Würde des Menschen, Selbstbeherrschung, Verantwortungsgefühl, Verantwortungsfreudigkeit, Hilfsbereitschaft, Aufgeschlossenheit für alles, wahre, gute und schöne und Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt. Die bayerischen Schüler sind im Geist der Demokratie zu erziehen, in der Liebe zur bayerischen Heimat und zum deutschen Volk und im Sinne der Völkerversöhnung. Das sind die Ziele, für die auch die AfD steht. Dafür kämpfen wir, dass wir das auch auf europäischer Ebene weiter behalten können. Die EU hat noch einen weiten Weg vor sich. Neueste Umfragen zeigen, dass sich immer noch vielmal so viele Leute mit ihrem Heimatland identifizieren, als mit der EU oder selbst mit ganz Europa. Einer der ersten Schritte zur Schaffung dieser Identität, dieser EU-Dentität, war im Bildungsbereich die Bologna-Reform an den Hochschulen. Die hat dazu geführt, dass es zwar eine gewisse Vergleichbarkeit in den Hochschulabschlüssen gibt, aber dass wir eine Generation Praktikum haben von Hochschulabseventen, die keine richtige Arbeit finden, die ganz, ganz lange warten müssen, bis sie endlich das Geld verdienen, um eine Familie zu gründen und in eine sorgenfreie Zukunft zu starten. Wir sehen, EU-Projekte schaden den Menschen, wenn sie wirklich in dieser Art und Weise durchgeführt werden. Auch das werden wir zurückdrehen. Wir in Deutschland haben neben dem akademischen System, was wir früher hatten, diese Diplom-Vordiplom-Geschichte, Masterausbildung, haben wir zurzeit noch, die nicht akademische Ausbildung, die duale Ausbildung. Das ist eines der besten Ausbildungssysteme weltweit. Wir haben in den Südstaaten der EU Arbeitslosigkeiten bei den Jugendlichen von bis zu 40%. In Deutschland sind 5% der Jugendlichen arbeitslos. Wir produzieren hervorragende Fachkräfte. Und das soll weiter so bleiben. Daher werden wir auf EU-Ebene verhindern, dass die Ideen der europäischen Identität, aber auch von Gender-Mainstreaming und Ähnliches in die Köpfe unserer Kinder eindringen. Wir werden alle Bestrebungen der EU zur Vereinheitlichung des Bildungssystems, sei es über Digitalisierung, sei es über die Bestimmung der Inhalte, werden wir entgegentreten. Wir werden uns gegen eine Entwicklung, die nur von Lobbys und Unternehmen getragen wird, eine Entmenschlichung der Bildung, wie sie geplant wird durch die Digitalisierung, werden wir uns entgegenstellen. Überlassen wir unsere Kinder nicht Menschen, die nur zu Wahlzeiten Begriffe wie Heimat, Wurzeln, freie Entfaltung in den Vordergrund stellen, sonst aber Vereinheitlichung und Identitätsauflösung predigen. Der immer stärkere Gegenwind, den wir spüren, sei es diese Leute da draußen, sei es die Leute in den Medien, zeigt, dass unser Politikansatz den Nerv der Herrschenden in Brüssel, Straßburg, aber auch in Berlin getroffen hat. Es ist für uns, wie für alle freiheitsliebenden Völker, 5 vor 12. Den Wahlkampf, den wir jetzt führen, ist auch ein Kampf für die Bewahrung unserer Identität. Als Frau oder Mann, als Deutscher, Franzose, Polo oder Italiener und als mündiger, freier Bürger. Geben wir alles dafür, dass wir auf europäischer Ebene zusammen mit unseren Partnern eine wesentliche Kraft werden und diesen Eurokraten das zeigen, was eigentlich der Wille unseres Volkes ist. Damit möchte ich enden und ich erhebe mein Glas auf Bayern, auf Deutschland und auf ein freies Europa. Prost! Wählen Sie am 26. Mai die Alternative.